Musik Moin Leute und willkommen in meiner neuen Küche Ok, ich gebe zu, es ist nur eine Ferienwohnung Denn wir machen gerade ein paar Tage Urlaub in Binz Und ich habe mir extra den Scramble Tofu mitgenommen Also diese Würzmischung von Vitam Die in der Video Box dabei war Und wollte die hier einfach mal ausprobieren Ja, Scramble Tofu, bio-vegane Würzmischung Zur Zubereitung von veganem Rührei Zum Würzen von Pellkartoffeln und viele mehr Ja, also finde ich interessant, kann man auch für Pellkartoffeln nehmen Ich weiß nicht, was noch Keine Ahnung Vielleicht kann man auch sein Reisgericht damit würzen oder so Würzmischung zur Zubereitung von Tofu nach Art eines veganen Rühreis Vitam Scramble Tofu ist die aromatische Würzmischung zur Zubereitung von veganem Rührei aus Tofu Die beliebtesten Zutaten für diesen Klassiker der veganen Küche Wie aromatischen Thymian und würzige Röstzwiebeln Finden Sie bei Vitam Scramble Tofu bereits fix und fertig abgerundet Mit einer Prise Chili und dottergelben Kurkuma Für den besonderen, an Eier erinnernden Geschmack sorgt das indische Kalanamak Steinsalz Ja, also im Grunde ist es irgendwie auch, wie man selber veganes Rührei oder Rührtofen machen würde Also im Grunde Kurkuma, das Kalanamak Steinsalz und dann halt Gewürze nach Geschmack Vitam Scramble Tofu Würzmischung eignet sich auch hervorragend für Tofu Frittata Zu Peckkartoffeln in Tempura, Ausbackteigen oder als Shat Masala über Obst und Salaten Zubereitung Ein Beutel Scramble Tofu Würzmischung in 100ml Wasser einweichen 150g Tofu in einer beschichteten Pfanne mit wenig Öl, Gold, Gelb und Krümelig anbraten 150g finde ich jetzt ein bisschen eine komische Menge irgendwie Also die meisten Packungen, die ich kenne, sind so 200g Das nächste ist dann glaube ich 400g oder 500g Naja gut, kann man sich ja zurechtschneiden Dabei mit einem Pfannenwender immer wieder den am Boden anhaftenden Tofu losschaben Die Würzmischung unter starkem Rühren darüber gießen und solange weiter braten, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist Wer mag, würzt mit einem Esslöffel Vitam-Hefeflocken nach Zutaten Röstzwiebeln 58%, Zwiebelpulver, Kalanamak, Steinsalz 12%, Kurkuma 1,5%, Paprikapulver, Muskat, Knoblauchpulver, Thymian 1,1%, Pfeffer, Chili 0,3% und Kartoffelstärke Ja, ok, dann probieren wir es mal aus So, ich habe jetzt leider keinen Messbecher hier, deswegen habe ich jetzt einfach mal 100ml Wasser abgeschätzt Also ungefähr eine halbe Tasse Riecht ein bisschen wie Tomatensuppe, also wie die Tüten Tomatensuppe, die ich von früher kenne Sieht auch ein bisschen so aus Und man riecht jetzt auch schon das Kalanamak Steinsalz, also das Schwefelsalz So ein bisschen nach Eiern So, den Tofu ein bisschen zerkrümeln So, wenn das Öl heiß ist, den Tofu reinlegen So, ich sehe mal, das sollte jetzt eigentlich reichen Dann gebe ich jetzt mal die Flüssigkeit dazu So, das muss ich erstmal einkopfen Mir riecht echt stark dieses Knoblauchpulver hervor, dieses Instant Knoblauchpulver So richtig gelb sieht es auch nicht aus, oder? Ich glaube, echtes Früher ist sehr viel gelber Vielleicht kommt das noch zum Schluss, aber Vielleicht ein bisschen mehr Kokuma angekonnt So, ich glaube, ein kleines Stückchen noch Ja, ich würde jetzt mal sagen, so ist es eigentlich ganz gut Ja, wie schon gesagt, die Farbe sieht nicht wirklich nach Ruhe aus Also, er ist ein bisschen rötlich und nur ein ganz kleines bisschen gelb Also, wenn ich rote Rührtofu machen würde, würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Kurkuma reinmachen Dass es einfach mehr danach aussieht Und riechen tut es jetzt größtenteils nach diesen Röstzwiebeln Und ja, auch zum großen Teil nach diesem Knoblauchpulver Und das Steinsalz, also dieses Schwefelsalz, was eigentlich diesen Eigeschmack macht Das riecht man ja zumindest gar nicht mehr Ja, mal rüsten Und geschmacklich, also es erinnert schon irgendwie entfernt an Rührei Aber, also ich würde es jetzt eher verkaufen als Würzmischung für Tofu Ohne das Rührei jetzt so oft zu erwähnen Auf der Packung, glaube ich, haben sie eine Art eines veganen Rühreis Rührei, nochmal Rührei, nochmal Rührei Weil, also haben wir es ganz schön beworben Dass es total nach Rührei schmeckt Und ja, ich finde das ist nicht der Fall Es ist schon lecker Ja, es ist schön würzig, schön lecker Aber wirklich nach Rührei schmeckt es nicht Und ich glaube, da würde ich lieber zu Hause meinen Rühre Tofu selber würzen wollen Wo das jetzt praktisch ist, wie in unserem Fall jetzt Wenn man wirklich auf Reisen ist, wenn man irgendwo eine Ferienwohnung hat Und eigentlich nichts an Gewürzen da hat Ich habe jetzt hier Salz und Pfeffer Und den habe ich mir auch selber mitgenommen Ja, sonst habe ich gar nichts Und da ist sowas schon mal echt praktisch Vor allem, wenn ich daraus jetzt auch Wenn ich damit jetzt auch Backkartoffeln würzen kann Und die einfach in den Ofen schieben kann Dann ist so eine Würzmischung echt praktisch Sonst müsste ich halt irgendwie, weiß nicht, noch 5 Gewürze mitnehmen oder so Oder irgendwelche Kräuter noch mitnehmen oder so Und so habe ich halt eine Packung Kann mir das fertig würzen Abschieben und fertig Ich habe mir auch gedacht übrigens Dass ich bei den Produkttests Die ich jetzt in letzter Zeit ziemlich häufig mache Weil jetzt auch die Veganbox immer da ist Dass ich sowas wie eine Punkteskala einführe oder so ähnlich Also von 0 bis 10 Punkten 10 halt am besten 0 wäre dann Ich weiß nicht 0 kann man glaube ich gar nicht erreichen Ja, dass ich die einfach einführe Und das versuche damit so ein bisschen einzuskalieren In dem Fall würde ich sagen Ja Also schon Ja, ich bekomme von mir schon 6 Punkte 6 vegan Punkte 6 Kochsvegan Punkte zum Beispiel Vielleicht habt ihr eine andere Idee Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Weil Es ist Ich finde es ist wirklich Nicht so wirklich was besonderes Es schmeckt auch nicht nach Rührei Wonach es beworben wurde Und das finde ich immer ein bisschen Ja Eigentlich blöd Wenn drauf geschrieben wird Schmeckt wie Rührei Und im Endeffekt Ist es überhaupt nicht so Und trotzdem ist es Lecker Man kann damit halt Die verschiedensten Sachen würzen Und deswegen würde ich sagen 6 vegane Punkte Ja Ja, ich hoffe euch jetzt Der kleine Produkttest In etwas Anderer Umgebung Als sonst gefallen Und wenn ihr noch Anregungen habt Kritik Oder auf irgendwelche Vorschläge Dann ab in die Kommentare damit Ansonsten Genießen wir jetzt weiter Unsen kleinen Urlaub Und Dann Bis zum nächsten Mal Tschö Bis zum nächsten Mal Tschö » bis zum nächsten Mal.